Alter, Diggi, gibt es eigentlich irgendwann mal eine Woche, wenn du zu Hause bist oder so, oder nicht? Irgend ein krankes Wellnesshotel, gehst du in den Urlaub, oder du übertreibst richtig, das ist gerade richtig gut, Alter, man. So wie gesagt, wir müssen leben, wir müssen leben. Welcome to the first log out of Bavaria. We are here at the Forgensee in Füssen and enjoying the first view of the day. And later we're gonna make a boat tour. And yeah, stay tuned for that. Alright guys, so now we're in the ship and exploring this beautiful lake. And later I absolutely have to taste an iced coffee here on the ship and that's the plan for this afternoon. So we just finished with the tour and it was just awesome. You have a very nice mountain panorama and the turquoise water with the sailing boats, just... And we're not sure if we saw Neuschwanstein, the castle from the boat tour. But yeah, that's our next stop anyway. So we just went on the Marine Brücke and had a very, very beautiful view over the lake. der Kastel Neuschwanstein aber man muss sehr lange warten. Es ist eine sehr lange Linie. Wir warten fast eine Stunde. Aber die Sicht ist großartig. Wir haben jetzt mit der Sightseeing Tour der Kastel Neuschwanstein. Und jetzt sind wir wieder in einem schönen Berg auf der Alpsee. Und ich zeige euch ein paar Drone Shots von unserer Location. Jetzt sind wir auf der Schloss Lindehof. Das war der letzte Stopp für heute. Ich hoffe, ihr habt das Video gefallen. Und ich werde euch ein paar Shots von Schloss Lindehof auch geben. Und ja. Wir hatten einen tollen Tag. So, jetzt sind wir auf der Schloss Lindehof. Es ist der letzte Stopp für heute. Und ich zeige euch ein paar Shots von Schloss Lindehof. Und später werden wir uns in unserem Hotel und in den Rest von der Nacht. Ich hoffe, ihr habt das Video gefallen. Ich fand es ein tolles Tag. Wir hatten einen tollen Tag. Und ja. See you soon in einem anderen Vlog. Bye-bye. Bis bald, Gentlemen. Ciao. Tschüss. 喳ng